... ... ... Ja, liebe Gäste, wir kommen aus der Orneburg, Ortsteil Hüttengesäß, das ist also im unteren, mittleren Kreis, Nebenthal von Hitzigtal. Und wir stellen uns heute vor mit unserem Kochbuch. Wir haben das Ottoburger Hügelland-Kochbuch jetzt neu auf den Markt gebracht, mit jeder Menge Rezepten aus dem ländlichen Bereich von zwischen Hanau und Gelnhausen und König. Und haben mit jede Menge Hausfrauen, Landfrauen, Omas, Bürgermeistern, Pfarrern, haben wir dieses Kuchen zusammengestellt und haben mit sehr vielen Fotos ein kordinatisches Heimatporträt auf den Markt gebracht. Und ein Gericht, was wir daraus heute kochen, ist der Apfelkuchen im Glas. Ist also einfach für Sie nachzuporren, das geht in einer halben Stunde, haben Sie ein schönes Dessert. Und der Vorteil ist, wenn Sie den Kuchen im Glas machen, Sie können den auch lange aufheben. Also den Kuchen im Glas, wir backen den Teig erst im ganz normalen Ofen, auch 160 Gramm. Und danach dann sofort einen Deckel drauf, dann haben Sie dann für drei Monate mindestens kann der zu Hause aufgehoben werden. Und da haben Sie irgendwann schnell kleine Kuchen im Glas zur Verfügung. Also als kleines Nachtisch, als kleine Dessert, ist das immer eine schöne Sache, schnelle Sache. Die Gläser vorher ein bisschen ausfinden mit ein bisschen Öl. Und da können Sie einen Muffinteig drin machen oder Kirschenbereit machen. Bhabarber haben wir schon probiert, fast wunderbar. Auch Schokoladekuchen im Glas geht auch wunderbar. Aber das hält sich also dann drei Monate bei mittlerer Kühlung, geht schon. Länge wird es nicht aufheben, weil dann vielleicht ein Aroma verloren geht durch die Butter. Wird dann, schmeckt dann ein bisschen langweilig. Und in dem Rezeptbuch haben wir auch sehr viele Geschichten aus der Landwirtschaft, aus der Landschaft von früher, von der Pflauten-Lattwerke. Wie der Apfelwein selber gemacht wird. Wir haben auch heute unseren eigenen Apfelwein dabei. Den verkochen wir dann auch. Da steht dann drin, wie Apfelwein hergestellt wird, wie die gepflückt wird. Wie mühevoll das ist eigentlich, bis man da aus zehn Kilo Äpfel einen Liter Apfelwein hat. Oder fast zu viel. Und es sind viele Erinnerungen aus der Landwirtschaft dabei, von der Dreschmaschine, die man schon wieder gedroschen hat. Und wie einfach man es für heute hat, im Haushalt oder in der Landwirtschaft oder am Wäschetag. Und diese Sachen finden Sie alle in dem Heimatbuchbuch. Die Kolleginnen und Kollegen, da können Sie gerne mal reinschauen, wenn Sie möchten. Es sind also sehr viele Heimat-Eindrücke drin, Grunde, historische Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Landschaft und so einfach ein schönes Heimatporträt. Ja, schön. Ein ganz normaler Wüttreich. Ein schlaft rechts schaumig. Wenn man so eine Maschine nicht hat, dann kann man das dann machen. Ein Handrührgerät geht auch. Wenn man mit der Hand selbst wird, geht es auch irgendwann mal. Aber ein richtiges Volumen kriegt man nicht. Das kann man das nicht zerteilen. Fischengerät oder ein Handrührgerät funktioniert am besten. Jetzt schön mit Zucker schaumig schlagen. Wie viel Zucker soll das jetzt heimern? Ich habe jetzt hier 330 Gramm Zucker. 6 Eier. Nachher kommt noch hier eine Trameel dran. Ein bisschen Backpulver. Und was jetzt ganz besonders lecker ist, jetzt machen wir ein bisschen Apfelcherry rein. Wir können auch einen Calvados nehmen oder einen Apfelbrang, den Sie vor Hause haben. Das fördert einfach nur den Eigengeschmack des Apfels ein bisschen. Wir machen so zwei Zähl rein. Kann man auch weglassen. Der Alkohol überfliegt zwar bei 75 Grad, aber wenn es keinen möchte, muss nicht. Geht auch gut. Die Eier müssen dann ein richtiges Volumen haben, dass es praktisch auf das Doppelte fast aufgeht. Und danach hebt man dann praktisch Mehl und Backpulver. Und auch diese kleine Pita-Pita-Pita. Ja klar, der geht also richtig hoch auf und ist auch eigentlich schnell da. Also 25 Minuten bis 30 Minuten Backen, je nachdem wie heiß der Ofen ist oder wie schön der Ofen backt. Am besten ist natürlich für 160 bis 180 Grad. Aber nicht zu heiß. Bei vielen Sachen ist es immer so, lieber ein bisschen langsamer und nicht zu heiß backen. Sonst, dieser Außenraum verbrannt ist ja noch zu groß. Jetzt kommen die Erfüll noch drauf. Können Sie sich vorstellen, dass das so ganz voll wird? Das ist genial. Wenn Sie füllen, also maximal halb voll, dann geht er richtig schön hoch. Das ist schön. Ich habe ja wirklich mit dem Backpulver. Ja, man merkt es, ne? Ich stelle ganz einfach doofe Fragen. Jede Gruppe hat so seine Lieblingssachen. Einer hat Wasser, einer hat Lasagne, der andere macht vier Sterne, ja. Ach, obendrauf kommt noch was. Noch ein bisschen, ne? Ach, ah. Man kann dann, wie gesagt, drei Schichten machen. Drei Schichten? Ja, wie man mag das. Also, aber maximal, das Glas so ein bisschen, nicht mehr als so drei Viertels voll. Sonst guckt es oben raus aus dem Deckel, dann muss man es ein bisschen abschneiden, bevor man es jetzt eingebrochen. Ich habe gerade noch mal, dass man sechs Stück fertig kann. Hm, das läuft schon aus Wasser im Mund, ne? Ich schneide hier noch ein paar Äpfel, in der Zeit war es schon selber ja. Ich mache mal einen Klappsel dazu. Ja, das ist ja klar. Das ist nicht besser höher, klasse. Aber nicht stille drin. Sie sehen, das Volumen geht auch jetzt schon aufs Doppelte auf. Das ist jetzt noch fast oben. So, ich schneide jetzt gerade die Äpfel dran. Das ist der Kuchen-Mein-Kopf. Soll ich weiterfüglich höheren? Ja. Ist der oben fach hoch? Genau. Ja. Ist gleich fertig. Gut, gut. Ich finde es immer, wenn es den Kuchen in den Oben schiebt, dass der schön vorgeheizt ist, das Fleisch praktisch eine Brust gebildet, also keinen Gebäck in den halben Ofen schieben, auch wenn es in vielen Rezepten steht. Das geht also für die Teig-Eigenschaften meistens schlecht aus. Hier auf dem Brett. Ja, und da rechnen Sie? Ja, ich glaube, es gibt ein Zweifel. Brauchst du noch ein Brett? Oder rein schimpfst du das? Brauchst du noch ein Brett? Ja, genau, wir nehmen mal ein. Aber dann komme ich bei den Letzten. Perfekt. Weil die hier sehr heiß ist. Möchte ich nicht. Ja. Wachst du ein bisschen? So. Organisation ist alles. Perfekt, ja. Und so ist der Kuchen, also super locker, super zart. Machen wir so. Und dann zwei drauf? Ja. Dafür war das Einfinden am Anfang so wichtig, dass er schön am Rand gelöst ist und am Boden. Machen wir nicht für vier? Für vier. Für vier. Ein? Vier, ne? Vier Teile, ja. Ja. Ja, dann kann ich so einmal halbieren. Ab die vierte. Ja, das ist ja auch so. So. Ja. 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 Was kommt sonst noch dazu? Mit die Meinsamsohne noch ein bisschen. Okay, ich gehe dann auf die andere Seite. Genau. Kai, was mal Gäste. Ja. 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 Ich überlege noch gerade. Was kannst du jetzt? Was machst du jetzt zum Apfel? Ja. Ja, ich warte noch ein bisschen. Ja. Ja. Bis jetzt so weiter. Das ist also ein schönes Derser. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ich muss nur noch einmal fragen, wir sind geschmettert. Der hat ja keinen Applaus und so viel Reiner und Reik. Ich war schon da, ich hätte die vergessen. Ich war noch nicht sehr genug. Der hat so viel immer vergessen, der Arm. So, noch ein paar Gabel-Mauern noch. Mach ihn jetzt hoch. Wer hat es noch nicht, weil jetzt... ... ... ... ... ... ...